Ja. Nee. Ich lebe jetzt in den Ball noch zwei Waffen hoch, ne? Auf die hab ich richtig Bock. Firestuff und Muskete. Man muss immer so ein bisschen switchen. Kann man machen? Papier, Firestuff ist bestimmt auch nice. Merz, hallo, Stream ist doch wieder da. Hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Danke, Bümpfeli. Hallo, Endefan. Voll Kopfschmerzen heute. Auch noch irgendwer? Juhu. Nee. Fucky und Joko und Chris Cross. Aber heute Morgen gehabt, Kiffi. Kopfschmerzen? Ich habe immer nur Kopfschmerzen, wenn ich dingste nicht. Mittagsschlafen. Oh, Memo, Dankeschön für die Weezer im 42. und Crisscross, Dankeschön für den Prime im 14. Leider gibt es Stream-Elements nicht. Ich muss das aus dem Chat rauslesen. Ich habe es eigentlich gekündigt gehabt. Ich wollte mit Prime, aber irgendwie hast du schon... Oha, Schüß, Junge. Nächsten Monat. Na gut, ja, ja, ich bin... Heute ist die Q nicht so hart. Ich war heute Mittag schon und heute Morgen schon online. Aber ich hatte Jazzman bei mir. Und Schwester Cushion und alle waren arbeitend. Ich musste ein bisschen babysitten. Und die hat die ganze Zeit rumgeweiht und genervt. Da bin ich schon online gekommen. Dr. Pleppstein, Dankeschön für den Prime im 7. Monat. WhatsApp auch doch. Stream-Elements auch. Komplett am Arsch alles. Was ist das denn hier? Geh erst die Ohren machen. Hi, Space Pirate. Space Pirate ist Freund. Freund oder Freund? Der Space Pirate ist Freund. Der hat mir einen dicken Firestuff gegeben. Ich bin auch ein Freund. Bist du noch größerer Freund, würdest du mitspielen? Ja, aber ich spiel heute auch los. Was spielst du? Oh, das weiter. Oh nein. Wie gruselig, ist langweilig. Da stellen sich bei mir schon wieder die Nackenhaare auf, wenn ich den Namen nur höre. Hallo, Savion. Der Bomper seinen Face-Game-Stream mit Outlast. Warte mal, ist das das Spiel gewesen, was du damals gezockt hast, Bonper? Ja. In deinem Lederanzug? Ja. Hat die Mila auch Lederanzug? Nein. Wie, du kennst das nicht, Mila? Oh mein Gott. Der Bomper hat sich damals... Ja, aber der Bomper hat sich damals... Lederanzug von Amazon bestellt? Nein, nein. Das war der Eingriff. Jedenfalls habe ich einen bekommen. Genau, sie das essen dazu, ne? Gibt es einen Clip? Ja, ich kann dir einen Clip vom Ding, aber das war nicht Outlast. Das war nur, weil ich eine dicke Schnauze hatte und weil wir irgendwo einen Stream gesehen haben, von wegen, ja, da hat jemand in einem Einhorn-Kostüm gestreamt. Dann habe ich gesagt, hätte ich eine Face-Cam und so ein Kostüm würde ich es auch machen. Hannes, danke schön für den Re-Stop im 24. Heute wären 500 Q eingepennt und als ich aufgehört bin, war ich gekickt, jetzt wieder 1100. Ich bin so froh, dass ich noch nicht gekickt wurde, den ganzen Tag. Bye, have a beautiful time. Und 116 mal Bize, Dankeschön für den Tab und herzlich willkommen. Was ist das denn hier? Vielen lieben Dank. Übel, übel, sprach der Übelhandel. Dank gefühlt. Alter, 40 Stealing, jetzt 4000 XP. Schon big, ne? Tote Grotototototot. Hallo, David. Was? Ich habe gerade nur von dem Latexanzug gibt es nur noch GIFs. Die Clips habe ich gelöscht. Die waren mir doch zu peinlich. Nur die Oma hat noch alles. Die Oma hat die ganze Bibliothek aufgebaut. Entschuldigung, oh Gott. Die Oma hat alles. Von mir, die darf niemand sehen. Ja, ich spiele immer noch eine New World und ja, und es ist immer noch nicht langweilig geworden. Ein bisschen am Tilten. Dann wieder AP. Die nach sechs Tagen immer noch Hyped. Geht das? Aber eins muss ich sagen, das habe ich schon mal gesagt, die Questen, da ist jedes Mal der gleiche Scheiß, ne? Irgendwelche Kisten looten, irgendwas aufheben, irgendwas töten, Alter. Das ist ganz ekelhaft. Keine Rätsel. Kein Genix. Ja. Warte, war ich doch schon mal, oder? Habe ich nicht letztes Mal mit dem Beet hier? Da war ich heute Morgen auch. Die habe ich heute Morgen gemacht, die Quest. Also jetziger Stand, ne, würde ich sagen können, ist, wenn du so ein bisschen drinnen bist, weißt, was für ein Mets du brauchst, dann geht das richtig gut. Hallo Piet und hallo Donneria und hallo Virus. Wenn ich weiß, was ich was brauche. Ach so. Was für ein Mets du brauchst. Ja. 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 Schon wieder nicht gelesen, was ich hier machen muss. Bitte Grabräume und sammle verborgene Sargnägel. Wo sollen die sein? Hallo, Risale und Gesundheit. Hallo, hallo, hallo. Goomoo. Goomoo. Ja da. Auf Kürtis Verlass immer, immer, immer. Übrigens, wie mich ein 1080p, ich weiß nicht, ob das irgendwas verbessert hat. Von der Kraft. oh, oh, flache Bogen. Wie lange warst du mit Q gestern, Bruder? Frag dich den ganzen Tag, ich war so tiltet, ne? Ich hatte absolut keinen Bock mehr, halt. Ich bin dann irgendwann reingekommen, war absolut genervt. Das ist ekelhaft gewesen. Ich hörte es gestern mit dem Dodge von Giffy und Bruder. Achso, nee. So, Twitch sagt 936p, kann aber eigentlich nicht sein. Echt? Aber ich hab grad extra nochmal restartet. Egal, dann lass doch so. Boogil. 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 Halio. Oder Halie. Dann, danke schon für den Restart. Gucken wir mal, Stream-Elements wieder geht. Das ist echt scheiße, ohne Live-Feed. Oh. Oh, sieht gut aus. Und sieht. Was ist das denn für eine Kacke? Da zeigt der mir hier an. Ich habe eine Minecraft hier. Nefilim, Dankeschön für den Prime-Sub im vierten Monat. Hier geht nichts, Alter. Warte, nochmal im Glück. Ich mein, Stream stirbt ja eh. Von daher ist nicht schlimm. Silla, habe ich was verpasst? Aber wieso spielst du keine AP mehr? Momentan kein Server und kein Bock auf AP. Aber den nächsten AP-Server, den ich mir angucke, ich weiß nicht, wer da noch mitkommt, das geht ja live. Und Jackie, danke schon für den Prime-Subline. Herzlich willkommen. War schön mit dir, das ist nicht, ich finde doch nicht schlimm. Dies wurde dies. Weiß man schon, wann geht der live? Über den Rücken läuft, weil ich schiebe. Weiß man schon, wann geht der live? Du kannst hier schon whitelisten, ich glaube, in der Woche oder so, keine Ahnung. Auch schon so früh. Ich habe nur ein bisschen Tschiss, ein bisschen Angst. Ähm, ich habe das, so diese Resonanz auf Twitter, die du bekommen hast, halt gegen null. Als würde keine, keine Sau den Server irgendwie auf dem Schirm haben. Ich denke mal, GTA Live kennen halt nur viele so, die damals schon gespielt haben. Und die haben jetzt alle schon einen eigenen Server. Okay, wurde recht, das jetzt. Die muss ich gar nicht töten. Weil ich mich seitdem du auf Internet Live gezuckt hast, Babazeit. Ist so, Bruder. Aber ist leider vorbei, die Zeit. Das hast du nicht damals auf GTA Live angefangen? Ja, das war mein erster Server. Ich habe eine Stachelflasche, Flasche, 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 What is it? Ja, aber typische Gilde. Typisch gekwäh. Ja, typisch Nade, mit Imagin. Die Mädchen. Zeit vergeht halt echt schnell. So gelackt auf Lucky 5. Was ist denn hier los mit dieser Seite, Alter? Der zeigt mir das Dashboard an. Ups. Hallo, Loco. Und damals wahrscheinlich krass. Wie geht das denn? Sollen wir nochmal Zeit zurückspulen? Dann würde ich mir Lottozahlen merken. Und dann würden wir irgendwann hier sitzen. Ich bin ein hundertfacher Millionär. Dann würde ich mir Baba-PC zusammenbauen. Mit Baba-Locke und Lacoste-Anzug. Willst du mir den Zähne verdöhnen, allein? Ja, würde ich. Gut, das ist ja schön. Die Mensch, da muss halt schon mal drin sein. Hallo, Rati. Bei mir. Warum kein Unity mehr? Was willst du da machen? Kreis stehen. Da gibt es für mich keine P. Da ist der tote Schuh. Damals war die Groove noch Gangster mit Geisernamen in Bank. Geisernamen in Bank. Hallo. Hallo. Wo kommt eigentlich dieser TE-Clan her? Den habe ich gemacht. Nicht aus einem anderen MMO. Ja, geht was. Aber. Aber. Ja, nix. Ich glaube, ich habe sogar Siemens neu gesprayt. Aber Kopf, was habe ich gefickt. Musste alles wegmachen. Bei New World Cringe AP auf Berg. Sobald Mila. Aber Mila zaukt auch. Aber die streamt halt nicht. Die spielen gefühlt jedes MMO. Aber geguckt, was sie denn da nicht so machen. Die spielen ja wirklich einfach jedes MMO. Also. Okay. Hast du jetzt so ein Multigaming-Ding oder was? Ja, ja. Power. Von Age of War, Conan bis WoW. Alles dabei. Ähm. Oh. Ja, kein Bock mehr auf das Spiel. War 127 Q. Pose auf einmal Internet weg für 10 Minuten und dann wieder 1000. Ja, Bruder. Was willst du machen? Die ist, was die Idee ist. Dann musst du durch. Aber wurde schon besser. Jetzt bannen die ja dafür, wenn du in der Afgara rumstehst und so. Die werden erstmal nur Verwarnungen rausgeben. Hab der Community-Manager, glaube ich, geschrieben. Egal, das hat nix. Könnten sie auch ein 24er geben. Ich hatte ja auch schon einen. Ich hab übrigens einen gesehen. Der hatte fast den gleichen Namen wie du, Bomfer, ne? Ja, ich hab auch schon einen gesehen. Ja, ja. Lohnt sich das Game für PS4? Dat gibt es noch nicht für PS4, Bruder. Das wird aber hundertprozentig für Dings kommen. Das sieht man schon am Chat, Alter. Und so ein Scheiß. Überall wo du langläufst, ist es einfach den Leuten aus, keig weh. Du kannst aber, du kannst das schon mit Controller hier zocken. Echt? Hat es aber vollen Controller-Support? Ne, nicht voll. Aber ich glaube, das Campen an sich, glaube ich, fühlt es mit Controller fast besser an, glaube ich. Ne, ich glaube nicht. Dafür ist ja entspannte Farm und so, ist das vielleicht cool. Einfach ganz direkt im Bett liegen, Dings. Einfach nur fahren ins Bett raus. Mach ich morgen. Hey, don't land this. Oh, ich bin fertig. The fuck? Ja, ja, da Vinci. Willkommen. Willkommen. Ich bin Q-Buds 420. Hallo, Emulate. Hallo, hallo, hallo. Ich denke, auf K-Sein ist okay, aber nicht diese 24 Stunden auf K-Wand drin. Davon ist ja die Rede. Hey, dann kann ich dafür bestrafen, wenn du auf K-Muss gut. Es gibt ja so einen In-Game-Time, mal 20 Minuten. Dann kriegst du eine Message und dann 5 Minuten. Und dann bist du raus. Okay. Ich spiel' Rüstung leicht, Bruder. Außer die Brust, dies mittel. Hallo, Freunde. Hallo. Hallo. Ah, ich hab's vergessen. Na so. Soweit ich weiß, haben die das nochmal runtergestellt mit dem AFK-Timer? Das weiß ich nicht. Ich bin noch nie AFK gewesen im Spiel. Wo geht's? Und New Luck, danke schön für den Prime Sub im 31. Monat. Was war die Frage zum AFK-Sein? Als der Timer runtergestellt wurde. Oh, das weiß ich nicht. Laufen doch eh alle gegen den Wand. Nee, nicht mehr so viele. Boah, ich hab heute so viele davon gesehen. Irgendwo gegengelaufen sind. Das geht aber anscheinend nur 20 Minuten. Dann sollst du ne Meldung bekommen. Von wegen, beweg dich. Wenn du dann 5 Minuten länger bleibst, dann bist du tschüss. Was ist denn das? Was ist denn das? Aua. Oh mein Gott. Wo geht's? Aua. Er hätte mich fast getötet. Und Scratchy, Dankeschön für den. Receptor 2. Was? Ist der fast 1000 XP gegeben? Im Beruf? Das war ein böse Bär. Aber ich bin doch wieder von Kunst genug runter auf Full. Full Damage. 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 Nee. Und doch. Nein. Haben wir noch so lange Warteschlangen? Ja, eigentlich schon. Außer morgens halt. Oder nachmittags. Das ist ja klar. Jetzt kann man bis zum 12. 13 Uhr in der Q rennen. Bruder, hier sind keine Bären. Oh. Wo Bär? Lauf den Weg wieder zurück, Hörtes. Zeig mal. Über die Kamera. Was? Hier schon mal? Links, links. Ja, das habe ich vorhin gemacht. Dreh dich um. Da hinten wieder zurück den Weg laufen, ja. Geht auch von dort. Der Musch. Warte mal, sind das alles die... Nee, das sind nicht die Bären, den Bären, den ich gerade getötet habe. Ich benecke dir gerade. Hallo, Juri. Hallo, Puma. 1.300, aber das geht noch. Dafür, 19 Uhr, das geht das noch. Und Dieter, danke schön für die Weezer 28. Mit Tanksam. Hallo. Memo lügt, hier sind keine Bären. Doch, lauf weiter, lauf weiter. Ich gehe komplett wieder zurück zu diesem... zu der Kreuzung. Da habe ich alle gekillt. For real? Ja. Nee. Dann darfst du dann was Großes killen. Büße will ich. Bis unten zur Kreuzung. Ja, da wo du jetzt bist, kamen die meisten hoch. Weil die rennen jetzt alle zu dem... Die kamen hier hochgelaufen? Ja, muss mal gucken. Auch da unten am Wasser und so überall. Da standen die meisten. Ja, hier, du einen. Der stampft doch wie ich, wenn ich morgens zur Küche gehe. Aber das sind alles verfickte Scheiß-Elite-Mobs. Ah. Ein böses Wort. Das sind alles, wenn noch jemand weiß. Aua. Jetzt haben wir zweimal die Kräste für den Hasen. Dankeschön. Sind das jetzt die ganze Zeit diese Motherfucker-Elite-Dinger? Ja, ich glaub schon, da unten. Aber das sind ja viele Leute, die brauchen das. Ja, ja, voll viele sind hier. Ja. Humu. Sag mal, Julius. Lockst du auf? Oder warum bist du auf den Discord? Oh Gott. Stimmt, der eine Bär hat von gerade auch gezählt. Ich hab gerade einen Stampfen gehört. Ich war das. In der Fall wäre es gut, wenn du nicht allein bist, ne? Aber ich will alleine sein. Ehrlich? Das ist gefährlich. Danke für ein Bits. Und Crash, danke schön für 100 Bits. Danke, 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 danke. Jungs, wow. Ich bin kurz was essen. Das darfst du schmecken, Bruder. Danke. Für Bits. Danke, Poli. Ach so, diese Botanik. Oh, Bruder, 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 Bruder. Aber ich muss die Kühe schneiden, ne? Äh, nee. Die Gilde ist voll. Bei uns auf dem Discord. Die Gilde ist voll, ja. Wir werden aber den nächsten Tag immer aussortieren, weil da so einige sind, die nicht so aktiv sind. Und wir müssen halt Platz machen. Ich glaube, es war nur töten, Bruder. Ja. Bye, have a beautiful time. Naja, ich muss die heute noch. Ich bin angekürzt. Mad Mike, danke für den We-Star beim sechsten Monat. Na, hallo. Aber oben steht doch Vernichte, oder? Ja, aber ich habe nur eine Quest für die Linken. Ach, die fürs Heut'n hast du auch. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Hier kann man nichts tun! Ich bin... Stork! Einfach das ganze Wochenende das Gang beschreckt, ich muss mal wieder nach draußen. Die ganze Woche, Alter? Die ganze Woche! Die ganze Woche, Alter! Hallo, Sonic! Hallo, Andi! Was geht? Apophis, hallo! Stimmt nicht, wir haben nur einen Platz in der Gilde frei! Zu dem, boah! Da ist er schon! Ist Rakim schon drin? Ist der schon drin? Ist Rakim schon drin? Nein, der ist auf dem anderen Server! Stimmt ja, stimmt ja! Oh mein Gott, jetzt möchte ich den Alphabären töten! Oh, das ist geil! Den schaffe ich, glaube ich, nicht! Nicht mit der Skillung! Warte einfach, bis da Leute sind! Bei mir waren über 10 Leute oder so dann! Ja! Ist okay, ist kein Problem! Und sonst, wie geht es euch allen so? Nee! Was machen? Was machen, Sachin? Hallo, Spicy! Und Spicy hat mich schon wieder nicht dran erinnert! Woran? Äh, ich hab Spicy das Spiel abgekauft! Muss auf Paypal nur das Geld senden! Oh-oh! 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 Das gibt mir Anzahl hier! Hallo, Marabu und Jerome! Danke schön für den Wiesbem 32. Monat! Enkastor kommt, bitte nicht! Bitte! Hallo, Blue Frog! Bitte! Hallo, Blue Frog! Bitte! Hilfe! Bitte, bitte! Okay, bitte! Bitte, bitte! Pew, pew! Pew, pew, pew! Who is that bear? Who is that bear? Memo. What is the bear? wo wir wissen du mach mal die karte auf muss da hoch hochlaufen ach du scheiße ich sehe nichts kommen brotten schildern ja ich nicht zu zweit nein 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 der kriegt ja gar kein damage abu biu 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 Oh, das ist so, der Bruder. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich sehe nichts. Ist das der Bär, den die immer getötet haben bei dem Exploit? Weiß das einer? Hallo. Haha, ich kann den abhärten. Man sieht immer mehr Level 60 an, ne? Krass. Das ist nachher krass. Alle süchtig. Hallo Edel, der arme Bär, der nicht so sehr mich töten wollte. Okay. Er ist... W-w-w-what did he- W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w dann komm ich eigentlich in gvp was hat denn verdient edel top 10 appeler wenn der level 60 in new world bis edel hallo otto von kessel ach fuck ich muss der holz abpacken die arme bombe ok mach ich morgen kurz ja ja ich glaub du schaffst das nicht mal auf level 15 edelino du schleimige schnörkelkappe nein weg durch der will mich wieder beklauen 15 bin ich mila schon fast level 20 spicy hat die dich überholt geht auf google sucht nach 16 an die world accounts schon liebe klar doch du würdest meinen pflanze klauen er muss sein account löschen und monster dann geschimpft für den prime zappen 16 monat okolo wie geht's dir mir geht's gut ich hoffe dir auch ich hoffe ich eingezieht ob sie ein duell her ne jack ist nicht 60 noch nicht noch nicht erst 50 muss arbeiten ja das müssen wir alle blügt doch nicht oder was für blügt doch nicht du nicht du schon aber alles für deutschland hat der letzte internet café in deutschland und ich schwör das hat nichts mit geldwäsche zu tun internet café das waren zeiten ja man ich zeige ich gar nicht leider jetzt ich muss gleich alles wieder kaputt machen hättest du es nicht gesagt hätten die das gar nicht mitgekriegt sorry so wenig ip nur alter ui der sieht wild aus ja sieht der wild aus aber der ist kacke egal bei mhhh mhh 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 mhhh mhh 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 Mr. Moolugulu Mr. Moolugulu Er Spider-Moolugulu Moolugulu Moolugulu Beide Winther don't Da hab ich gesagt, ich will zocken, ich will laufen, ich will sagen, komm, mach das. Ich war ja auf der Arbeit, ich hab ja über TeamView immer mal reingeguckt. Wie, du hast dein Kind sogar dabei beobachtet, wie das farmt? Nein, Bruder, ich hab ab und zu nur reingeschaltet, ob die die Spiele geschlossen haben oder irgendeinen Scheiß gemacht haben. Ja, auf einmal, der macht Ding auf. Mach so um neun Uhr, zehn Uhr, elf Uhr oder so, mach ich einfach mal an und schau mal, was da abgeht. Ich seh, der macht einen Inventar rum. Da hab ich gesagt, ey Junge. Der ist jetzt mal angerufen, der gab jetzt mal Ärger hier. Ey, Emine, weg mit dem. Ich hab gesagt, ey Emine, weg mit dem? Weggelöscht. Nein. Nicht so. Ich wollte schon sagen, Alter. Erstmal nen Gong geben. Einen Gong geben. Dass der ja nichts löschte oder so, weißt du. Eigentlich hätte ich mir den Account teilen können mit Mila, ne? Bye, have a beautiful time. Dann hätte Mila mal ein bisschen gefarmt. We... 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 Cat in Peace. Dankeschön für den We-Sub im vierten. Mann, 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 komm 19 Uhr nach Hause. 5500 Queue Sonntag dauert das vier Stunden. Kann ich gleich wieder ins Bett gehen. Sobald ich nicht gehen bin. Was? Was? Du kannst doch vorher schon Dings. Über Handy queuen. Gibt doch diese Special Tactics. Bye, have a beautiful time. In zwei Tagen kriegst du auch Bann dafür, wenn TeamView erläuft. Ja, denke ich. Das gab's sogar mal. Das war vorhin nicht. Ne? Das gab mal in einem anderen Game so. Ich weiß gar nicht, wo das war. Und da war auch diese Remote-Play war nicht verboten. Echt jetzt? Jo. Spielt du was? Ne, ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich dachte, das war heute auf der Arbeit auch auf dem zweiten Bildschirm die ganze Zeit offen bei TeamViewer. Weil mir kommen meine Arbeitskollegen rein. Und fragt mich irgendwas. Hab ich das Fenster einfach zugemacht. Dann hab ich aber kurz weggetappt. Und hat das dann wieder offen. Huch. Was sag ich deinem Chef? Ja. Hätte doch einfach nur Word auf deinem Arbeits-PC. Jo. Ist das nicht allein schon unfassbar traurig, dass der keine Indie kann von ihm oder so? Ich weiß nicht, warum die das so Hand haben. Ist halt profitorientiert, ne? Man kann nicht mal schwimmen, das ist traurig. Das ist wirklich traurig. Ich nicht so schlimm. Dann geht die Mailcard runter. Facebook, Instagram, Whatsapp, alles kaputt. Und dein Chat. Hatta. Hatta. Wer war wieder röd. Überräumen. Mach Sucker Block Größe. Der Jack, Alter. Ich weiß was. Verschluckt beim Rehen. Hm. So, wie passt das drinnen? Warum haben wir jetzt einen Dreißiger? Ja. Wir haben einen Dreißiger. Achso. Level. Ja, ja, okay. Über Jack. Ja, okay. Über Jack. Nichts über mich auf. Ich hab so ein Schlück drauf. Aber Jack hört sich das aber auch super eklig an. Hallo. Woher der Hass? Ich hab nix gemacht. Ich hab nix gemacht. Ich war das nicht. Bei dir, da gurgelt das immer im Hals. Da schreiten meine Kinderstimmen. Hilfe, ich ging da. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe. Und dann wieder so. Ich hasse euch. Geht zum Arzt, Junge. Gurgel mal ein bisschen Salzwasser oder sowas. Äh. Außer so ne geschmeinige Stimme wie ich. Du wirst unverwollt an. Alissa. Jemmo, dankeschön für den Result im Zwölften. Mein Stream-Elements funktioniert immer noch nicht. Das Spiel ist eindeutig zu langsam für mich. So, mal eben kurz alles gefickt. Was? Ich bin schneller im Drücken als das Spiel überhaupt hinterherkommt. Und dann fuck mich ab, Alter. Ames selbst, dass er googeln hilft, wird echt, ja. Der liegt wahrscheinlich daran, dass er sich nie die Zähne putzt. Deshalb... Ich... Alter. Hey. Morgens Aronal, abends Elmex. Ich bin auch immer zu schnell. Auch. Auch. Warte mal, vor was reden wir jetzt gerade? Ja, weiß nicht über was hier da redet. Ja. Wird schon warm. Warmes Salzwasser-Gurgeln, oder was? Ja, klar. Das ist doch komplett widerlich. Hier. Mach mal, Jack. Und dann komm wieder. Geht sich doll aber so, ey. Ich hab kein warmes Wasser zu Hause. Ja, ja, Jamo. Das ist der Almösi. Guck mal, das Spiel ist so krass. Der hat ein... Der heißt eigentlich Almösi, ne? Aber das Ö wird zu nem C6. Wird dann umgewandelt beim Namen. Hallo, MDK. Gibt's keine Pommes mehr? Doch. Aber momentan nicht. Du machst dir einfach voll den coolen Namen und du denkst dir, ja man. Das spiegelt meinen Charakter wieder und dann steht einfach C6 drin. Ja. Ja. Das kannte ich auch. Hallo, Hagi. Wolltest du Böpfer machen? Ja. Ich muss die Kaninchen übrigens töten. Aber ne Questlänge bitte. Äh. Ich geh jetzt da. Dann da, 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 da. Okay. Einfach alles als Rückmeldung schreiben und Amazon zu spammen. Zu spammen. Schwimmst meiner Meinung nach muss. Genauso wie das der Chao ausweist, wenn ich die Kack-Taste drücke und nicht erst zwei Sekunden später. Das Ding ist, in dem Spiel gibt's kein... Es gibt keine... Hehehe. Hehehe. Das ist eigentlich ganz lustig. Es gibt keine... Queue für die Skills. Es gibt nur die Queue in dem Login-Ding. Das heißt, eigentlich müsste das so sein... Oh mein Gott, wer ist er denn? Bruder, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Eigentlich müsste das so sein wie in WoW und überall. Wenn du ne Taste drückst, muss die in so ne Queue kommen. Dass die danach gezündet wird halt. Aber ich war doch grad schon hier. Ja. Ja. Du musst da drüben dein Ding aufstellen. Hab ich doch, oder? Nee. Sonst wär das blaue Teil nicht da. Du musst das blaue Teil nehmen, ne? Ich dachte, ich war grad schon... Ja, aber ich hab doch grad hier diesen Geist getötet. Aber blaues Ding aufstellen. Sag mal, habt ihr schon... Weiß doch wohl kurz. Sag mal, habt ihr schon... Habt ihr schon diese... Diese Edelsteine hergestellt? Nein! Hm. Hat schon jemand von euch Edelsteine gemacht? Ja. Kann zwei Stück herstellen. Wird auf BEF 2042, weil das jetzt so gesagt hat. Glitzern. Kann man doch in die Waffen dann reinmachen, oder? Oder ich? Ja, wir sind einfach zu schnell. Also, das klingt dumm, aber das ist wirklich so. Ja, bei mir geht's ähnlich. Mich fuckt das ohne die Q auch ab, dass ich die ganze Zeit halt alles 80 mal drücken Ja, du musst halt spammen. Ja, und dann ist das alles Problem, wenn du Waffe wechseln willst nach deiner, sag ich mal, Kombi, die du gemacht hast mit deinem... Ja, nee, das hast du... Guck mal, du haust du zu... Und dann Q... Aber du musst das... Du musst spammen. Du musst... Das Schlimme dabei ist mit dem Spam, Alter, da musst du auch noch zielen. Damit du den Hit triffst. Und... Inception. Dankeschön für den Wii 7-10. Momentan, halt, passend den Gepäckchen. Moment, das mit dem nicht schwimmen können liegt in der Engine. Bei Star Citizens kann man auch nicht schwimmen und die müssten die Engine dafür umschreiben. Ja, aber warum benutzen die so eine Engine, Alter? Das ergibt doch schon wieder keinen Sinn. So, wer sitzt denn hinter... Da sitzt der reichste Mensch der Welt hinter dem Spiel. Oder der zweitreichste. Ja, welche Engine nehmen wir? Ja, lass die nehmen, wo man nicht schwimmen kann, Alter. Was wollen wir denn bauen? Ja, ein MMO. Und selbst dafür gibt es einen Workaround, ne? Mach du einfach so, dass wenn ein Character im Wasser ist und der in so einem Mini-Boot ist und da drüber schwebt. Ach, das ist ein Holz, oder? Da muss ich gar nicht hin. Wie, das ist sogar deren eigene Engine? Nein! Hahaha! Ah! Hehehehe! Hehehehe! Was ist das? gut eine Oh, Gefehl. Was denn? Oh, was hast denn du da Schönes? Boots, wach! Ey, das wäre was für mich. Vor allem ist Amazon so fucking big und das da mit dem Wartezeit nicht hinzukriegen, ist ein bisschen sehr schade. Da liegt er gar nicht an dem Server. Ihr müsst euch das so vorstellen. Ich kann verstehen, dass da mich eingeschlossen hat, dass da Leute recht schmerz sind. Aber vielleicht ist das Spiel einfach, die Wirtschaft im Spiel und alles einfach dafür ausgelegt, nur für 2000 Leute. Vielleicht hacken die dann am Anfang noch gar nicht auf dem Schirm. Jetzt stellt euch mal vor, es ist so schon schwer, Ärzte zu finden, wenn 2000 Leute auf dem Server sind. Man findet hin und wieder mal irgendwas. Jetzt stellt euch mal vor, doppelt so viele Leute sind drauf. Dann weißt du, wie lange du warten musst, wenn du Mops oder so täten musst oder irgendwelche Viecher? Und das reguliert sich auch von selber, wenn der Server-Trance da ist. Weil ganz viele Leute werden dann einfach, weil die jetzt schon die Erfahrung gesammelt haben mit den Kriegen um die Städte und so und dass das endlos pervers geil ist, wenn du eine Stadt hast, wie in den Tags ist und so ein Scheiß, da kannst du dich ja dumm mit dem nicht mehr verdienen. Wenn ganz viele Leute auf neuen Server und so dran sind. Aber die haben 4000 Leute gesagt, ne? Wie am Anfang? Ja, am Anfang war es 4000. Am Anfang war es 4000 Leute. Dann waren alle erschrocken, dass es nur 2000 sind. Dann meinten die halt, die kümmern, also die gucken sich das an und wollen so langsam hochskalieren. Es gibt doch schon australische Server, da sind es 2,5. Oh nein. Oh, warum schwer? Connection lost, danke schon für die Primes ab und zinken. Da heißt der Respawn von allen Teilen zu Hardcore, ja, das gibt es im WoW auch. Diese Hyper-Spawns. Das ist normal. Noch ist der Ellen reicher. Okay, kurze Kunden hier. Hello, my friend. How are you doing? I'm fine in you, my friend. Denke mal, das wird auch ein richtiger Punkt sein. Was denn? Was hast du geschrieben? Nix. Da mit der Wirtschaft und so. Also das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Ich meine, die erstellen ein Spiel, was 40 Dollar kostet und 50 Dollar in der Deluxe-Edition. Die verschieben das. Wie oft haben die das verschoben? Dreimal oder so? Und das Spiel ist immer noch nicht fertig, obwohl die das releasen. Und dann gibt es so einen harten Andrang, also diesen Hype da drum. Da kackt man. Und das ist die größte vier, eine der größten vier in der Welt, so. Auch was irgendwas Dings angeht. Internetsmäßig Dinger. Hat er aber so nicht voll dicke Dings, Alter. Server und so. Grüße, FSA. Wir haben die größten Server, diese AWS-Klaus-Server von denen. Obwohl alles so in die Hose geht, zocken wir trotzdem. Und das Spiel macht trotzdem Spaß. Ja. Und das macht trotzdem Spaß. Wir sind schon so verkorkst durch die Industrie, Alter. Weil wir permanent mit Scheiß überworfen werden. Und wir trotzdem Spaß an sowas finden. Und hätte sich damals keiner getraut. Imagine, man hätte ein super Nintendo-Spiel gekauft, so ein super Mario, und da hätte nur Hälfte der Level hätte da funktioniert. Irgendwie werden denn da in Luft hinten die zerrissen. Schönen guten Abend. Hallo, Daynet. Ich verstehe, dass ja das 2000-Player wahrscheinlich besser sind, aber dass ich sechs Stunden warten muss, wenn ich mal was kochen gehe, für das Wack. Unser Server war low population, letzt Freitag. Und heute Mittag zwölf Uhr war schon drei Stunden Wartestand. Ja, aber der Anrang halt so hoch ist. Aber der vergeht auch die nächsten Wochen. Man kann ja auch das Spiel auf dem Schirm haben und man kann sich auf Streams nachgucken. Ich weiß natürlich, klar, dass das geil ist, selber zu spielen. Aber da muss man halt den sauren Apfel beißen. Und sagen, yo, ich fange erst in zwei, drei Wochen an. Weil man wird nichts großartig verpassen. Die Leute haben halt einfach alle Bock auf was Neues. Wann gab es das letzte Mal in MMOs, wo man es zocken konnte? Es gibt da einige. Guild Wars 2, Guild Wars ist auch geil. Das hab ich auch nicht verstanden. Das New World ist im Prinzip Guild Wars, nur in schlechter. Das ist kein Witz. Naja, muss er einen Grund haben, dass die ganzen Guild Wars gewechselt sind. Ja, weil die das schon zu lange zocken. Und bei Guild Wars ist es halt dieses Fantasy-Ding noch so. Und hier ist er so. Weil Guild Wars so decrafting unseren MMOs. Ja klar, Alter. Übertrieben, Junge. Nicht so krass wie hier, aber du hast viel Crafting. Ja, aber dieses Legendary-Gedöns und so ist schon cool. Fresh ist fresh. Fresh macht immer Laune. Das stimmt allerdings. Fresh macht immer Laune. Warte, muss ich hier, Alter. Ich bin... Ja. Okay, ich soll Trum suchen. Ja, aber das WoWs sauber leer sind, haben die auch verdient. Nach diesen ganzen Sexismus-Skandalen und dann fangen die auf einmal an, In-Game-Bilder von halbnackten Frauen, also so Portrait-Bilder, so In-Game-Dinger zu verändern und machen da so Obst drüber und denken, die können damit irgendetwas retten, Alter. Neu und das Spiel gab es noch nicht zehn Jahre in Korea. Wie viel Leben hast du, Bruder? Äh, 3300 nur. Jens, danke schon für den Prime-Sub im zehnten. Ich hab 3050. Bist du jetzt komplett auf Stärke gegangen? Ich hab komplett Stärke, ja. Ja, komplett Stärke. Einmal Opfer oder Täter und deren Image ist im Arsch. Aber deren Image ist schon sehr, sehr lange im Arsch. Ich find vor allem, dass das monatliche Kost für ein MMO 2021 einfach veraltet ist. Du kannst ja mittlerweile im WoW und das schon seit Jahren, ich weiß nicht wie viele, mit In-Game-Gold, was du dir erfahren kannst, Spielzeit kaufen, ne? Und hallo Chucky und hallo Swiss. Ich hab grad gelesen, dass New World 32 von 45 durch Surf ein neues Spielerschwert. Hä? Warum sollten die das machen? Vielleicht gehen die Server down? Wegen Wartungsarbeiten vielleicht. Das ist scheißscharf, ne? Ich geb mir den Gong und haut ab. Ich schaff alles. Gleich geht die Server down? Was hast du denn gesagt? Da hab ich keine Zeit für. Jack kriegt Panik. Ja, aber verschieb das mal bitte. Verschieb das bitte dann, wenn ich arbeite. Quelle, please. Inet, ja. Wow. Oder Quelle ist Internet. Ich habe gestern einen Bum bekommen für einen Tag. Warum? Was hast du für einen Namen gehabt? Also, ich bin Doch, die sperren die Server, dass die Leute erstmal keine neuen Charakter stellen können. Das ist schon seit ein paar Tagen, so seit zwei Tagen. Das ist nichts Neues. Hatte Autolaufen an und war auf WC und mein Char ist dann gegen einen Baum gelaufen. Und dann hast du Reports reingedockt bekommen. Ja, 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 ja. Dann will man bitte auf Klo sein. Ja, 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 ja. Als ob du fünf Minuten AFK warst und dafür gebannt bist, das glaube ich nicht. Böser, böser Swiss. Junge, hier war ich doch gerade schon drin, oder? 40 Euro, by the way. Hintertür verschlossen. Erzähl nicht, Swiss. Du bist die ganze Nacht wach geblieben da. Okay, vielleicht wird übersehen. Da vorne war ich, glaube ich, da hinten hin. Kannst du reinglitschen, ich möchte aber keinen Bun haben. Truhe. Ne, kein PvP an. Ich muss ein bisschen testen hier. Okay, das habe ich immer noch nicht, Junge. Ich habe es übersehen. Ich habe es mir selbst zu lügen. Level mal schneller, damit wir uns ein Gebiet holen können. Level du doch einfach schneller und hab am Ende alle Berufe auf Level 5. Und dann stehst du da mit deiner Fünferausrüstung. Lass mich mal machen, Kollege. Ich hab noch gestern gezockt, der erinnert, aber ganz spät erst. Mann, Mann, Mann. Du alle Berufe auf 100, du Arsch. Gehe Arbeit, Junge. Egal was, alles falsch. Weißt du, bist du denn Puma? Weißt du, ist der Giffy, weißt du das? Ich? Achso, der Puma? Puma ist immer noch ein Low-Bob. Weiß gar nicht. Was sagt ihr da? Puma ist Level 39. Komm ran, jemand kriegt's ne Schelle. Ich will ehrlich sagen, ich find keine Truhe mehr. Also, desto länger ich das mache, ne, desto dickere Aufträge krieg ich hier. Bei was? Soundspot. Was meinst du, so länger du machst? Am Anfang hab ich halt nur so Aufträge für 400, 500 XP. Krieg ich richtig oft welche für 35. Was ziemlich leicht ist. 3500. Jo. Sag mal, ist das so wichtig, sich in der C-Fung herauszulocken? Ja, aber du kannst das doch gar nicht allein. Bin ich echt blind, Alter? Hab ich das nicht gesehen? Warte. Jetzt Realtalk nicht? Wo? Chat, wo? Ihr lügt. Jack? Am Grabstein? Oh mein Gott. Ja, ist ein bisschen schwer, immer auf den Chat zu gucken und aufs Spiel. Ach, Friede. Jetzt muss ich mich in das Siedlung ausloggen. Nein, musst du nicht. Kannst du aber für ein bisschen XP-Bunger sein. Gut, zu weit weg jetzt. Grabstein, sagst du? Ach, da. Habt ihr recht, Chat ist schlau. Chat ist schlau. Da, L-O-K. Level up. Mit Stil sogar, mit Stil. Umso wenig Damage. Kommen sie ran. Und dann sehen sie mich zu einem Duell heraus. Kommen sie. Kommen sie. Nur zu. Bye. Have a beautiful time. Ich warte, Bruder. Und die Kuh so dankeschön für den Weezer beim 31. Monat. Und Hukulu. Ich würd's den Duftker jetzt da machen. Hast du mal Beil ausprobiert? Klar. Weil hast du guten, guten Selfie und so. Aber ich hab mit dir zweitags auch guten Selfie bisher. Noch hab ich keine Probleme. Hab das Spiel gar nicht. Ja, ja, ja. Bist doch bestimmt heimlich da irgendwo im Gasthaus unterwegs. Mit so einen Katzenohren und so. Mein Herz blutet schon. Ach, kommt. Kommt. Ich will mal Beil und Zweihandachse ausprobieren. Ist immer. Ist auch ne gute Kombo. Du hast halt die Gap-Klausel und kannst abhauen mit der Zweihandachse, ne? Und hast halt den guten Damage und den Selfie mit dem Ball. Ich find's super, dass du gemütlich das Game genießt und nicht Level-Grindest. Ja, die sollen alle machen. Ich will das verstehen noch, was ich tue. Alles. Bin viel am Experimentieren. Was kann der Warhammer so? Habt ihr noch nicht ausprobiert? Damit kannst du stunnen. Du hast ne Range-Attacke quasi. 30 Meter. Du gibst dir selber nen Chill. Du kannst Ausdauer der Gegner damit verringern. Für ne gewisse Zeit. Schon sehr sexy. Kannst du jemanden benommen machen. Also ein Quatsch. Was machst du da? Achso, ich pinkel. Ich hab vergessen, die Hose auszuziehen. Ich hab immer noch keinen Plan, was die Story von dem Game sein soll. Hat das Game überhaupt ne Story? Jörg? Bin ich gemütet? Ne, ne, das Story von dem Game ist, wie ich es verstanden hab, du bist auf nem Schiff gewesen, bist losgefahren und bist dann halt in den Sturm reingekommen und auf der Insel gelandet und jetzt kommst du nicht mehr runter. Und deshalb schicken die dich alle zwei Minuten irgendwo ne Kiste looten. Genau. Um zu verstehen, warum das eigentlich so ist. Weil das noch niemand wirklich verstanden hat. Das einzige, was die wissen, dass sie irgendwie unendlich lang leben können. Das ist ein nettes Film, wie der Motherfucker da. Oh, da sind ja zwei. Das ist einfach so. Ich kann noch Spuren lesen und holten fast abhundert, ne? Aber bei der Holz sind sie gerade mal bei 50. Ja! Ja! Was? Liebe Honigmilch Gehen sie zum Gruppengebiet? Mir ist egal Schau die weg, hast du ja gesehen Mach die kaputt Gehen sie Ich muss hier eh nicht hin. Ich muss da oben hin. Ich durfte um Jack seinen Cousin anfassen. Ich geh für ja auch schon mal in Deutsch, oder? Jo. Gut. Kragsam. Ich mache heute auch safe noch 41, wenn das so weitergeht wie jetzt. Sag mal. Irgendwas stimmt bei meinem... Bei meinem Chan. Warum wird der links angezeigt und irgendwas ist da rot? Cool. Nein. Was ist hier? Ich sehe da meinen Körper links. Das sieht aus wie eine Kette und ein Ring und ganz oben ist auch was. Vielleicht ist dein links kaputt. Was Bruder? Dein Equipment. Ne, habe ich gemacht. Dann weiß ich auch nicht. Da ist vielleicht der Ring. Äh. Noch nicht. Aber... Jetzt komme ich aber da hoch hier. Oh. Was ist denn für ein kranker Motherfucker hier oben, Alter? Nein. Ich Ich habe mir gedacht, ich kann ja mehr. Hallo? Hallo. Hallo. Das ist der erste Buhl. Hallo, ich muss mal reden. Da ist das hier. Wer geht mir mal raus? Sack, Alter. Ja. Er ist ein wenig Schnellett. Das ist ein wenig Schnellett. Das ist ein wenig Schnellett. Das ist ein wenig Schnellett. Oh mein Gott. Hör mir. Hör mir. Hör mir. Mein Plan hat nicht funktioniert. Mein Plan hat nicht funktioniert. Oh mein Gott. Forrest. Ich will ja auch mal raus. In der Kampany wurden Charakter gelöscht und Tanken am Abg. Liegt das Futsch? Echt jetzt? Wahrscheinlich nur Anzeigefehler. Oh, ich wollte das nicht abschicken. Entschuldigung. Das ist jetzt meine Frau sagt, warum geht Instagram, Facebook und WhatsApp nicht, Bruder? Brauchst du doch nicht, oder? Ja, doch. Ich hab dir doch... Ja, doch. Ja, doch. Gute Marke. Ja, ich konnte aber nicht bestellen. Ich wusste nicht, wie du... Jetzt gleich. Wie rastet aus, wegen Instagram und so? Du bist erreichbar. 40 Dollar. Pass einfach. Ach, Mann, Alter. Hallo, Aftalrem. Weißt du immer noch, die passiven Skills wie zum Beispiel Gegner von Leben bekommt 10% mehr Schaden auch für andere Wochen zählt, auch wenn diese nicht die sinkt. Nein, zählt nicht. Nur die, für die du ausgerüstet hast. Ähm... Ähm... Hmm... Weiter weit. Jetzt wird er ab. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Jetzt geht's los. Hey, Jack. Ja. Weißt du, warum das Ding da blinkt links? Das ist meine Lebensanzeige. Die blinkt? Oh, oh. Dein Carriker wird gelöscht. Egal, Bruder. Weiß nicht, was das Ding ist. Oh, ich hab hier mein, äh... Ja, du nimmst eine Lebensanzeige. So, äh, mein Charakterkörper. Und da hab ich links... Dein Charakterkörper? Ja, weil du kaputt... Nein, ich hab alles repariert, was ich gemacht hab. Irgendwas ist kaputt bei dir. Nimm mal ohne auf alles reparieren, Junge. Ja, mach Repair All. Der Typ verfolgt mich hier seit 200 Metern, ne? Rette ich einfach umküsst dann auf den Mund. Tag, Samtimmer. Gut. 1600er Grit. Was geht ab, Alex? Everyone in the queue and Charver weg. Amazon kann sich das nicht erklären, will doch nix widerstellen. Hä? Ich wär so traurig. Ja, so traurig. Attacke. Ich bin hier. Lüge nicht, Timmer. Ist Mila eigentlich nur da? Ja. Wolltest du nicht Outlast sagen? Oh ja, 20 Uhr. 20 Uhr. 20 Uhr. Oh nein, was nehme ich denn für Musik am Anfang? Wie wäre es denn mit? Techno. Wie wäre es mit Techno, Ricky? Nee, komm. Ich heiße doch nicht Yuri. Ich kann das nicht ab. Ich bin zu alt für sowas. Und ich werde wahnsinnig da. Ich bin schon 33. Ich nehme einfach irgendeine Träummusik. Heute. Ich will das abis. Oh mein Gott. Die Oma bootig aus, Mila. Ach, komm. Die Oma hört auch Techno. Techno, Oma. Machst du weiter? Dann trinken wir keinen Ötti mehr zusammen. Keinen Ötti mehr hast du gehört, Oma? Keinen Ötti mehr. Und du darfst, Mila, auch keinen Zeitkant mehr schneiden. Was? Nur in der jeweiligen Stadt durch. Oh nein. Oh nein. Nein, ich bin gerade in die Kühe gegangen bei uns. Bin dann in vier Stunden drin. Ich fühle den Schmerz, Alter. Oh Mann, ich bin Platz 92. Mir schwindel ich vom Strecken. Ich habe gar keinen Platz. Ich bin drinne. Ich fühle dich nicht. Was? Ich war schon drinne. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich denig, denke ich mir einen Kiefer aus. Oder kriege einen Krampel im Kiefer. Kennt ihr das? Ja. Das ist voll unangenehm. Aber wisst ihr was? Jetzt mal zum Thema Dings zurück nochmal, ne? Ja, dann komm doch zu. Zu dem Thema Dodgen zurück und der Cue der Skills, ne? Es geht ja nicht, wenn du haust. Geht nicht, dann. Also du haust. Und dann dodgst du. Und dann dodgst du erst eigentlich. Aber wenn du haust, so. Kannst du trotzdem Skill benutzen. Das geht dann. Nur damit dem Dodgen funktioniert nicht. I don't know why. Keiner hat verstanden, was ich meinte. Aber ist egal. Ich habe dich verstanden. Du kannst, du kannst. Ich habe es gesehen und verstanden. Du kannst. Ich auch. Nicht hauen. Hauen und dodgen. Geht nicht. Richtig. Ja? Dodgen geht nicht. Mach ich gerade. Du kannst, weil es keine Cue für die Skills gibt. Aber du kannst hauen und dabei einen Skill usen. Dumm ist das doch. Eigentlich müsste der, wenn ich haue und dodge drücke, das hauen, abbrechen und dodgen. Noch dümmer ist, dass man nicht schwimmen kann. Haben wir jetzt schon mal gesagt, dass man nicht schwimmen kann? Haben wir schon mal gesagt, dass man nicht schwimmen kann? Das ist einfach so schlecht. Hä? Man kann nicht schwimmen? Aber Mila spielt ja leider eh nicht, von daher. Das ist doch geil. Das ist ja noch nicht. Hä? Habe ich nicht heute gespielt? Habe ich nicht heute gespielt? Hunde? Hey, man kann nicht schwimmen. Mehmet, Junge. Gehst du das Spiel überhaupt? Nein, oder? Der ist ja, Memo ist schon 30, ne? 31. Ich bin ja. Ich bin jemand falsch. Du darfst aber nicht vergessen, Memo hat am Releasetag angefangen. Nein. Nein, Gip. Guck mal, der hat mit dem Looten, ey. Das stimmt leider nicht. Doch. Nee, um 29 Uhr. Wenn ich das so sage, dann ist das so. Ihr habt morgens schon angefangen wie High Ones. Ich habe um 22 Uhr 50 bin ich zum ersten Mal in die Queue. Wieso schlimm, wir waren eh alle in der Queue. Ich bin um 0 Uhr rei- Ja, okay. Ja, du hast recht, Bruder. Ja, Juri, wenn man das Wasser dann noch wenigstens teilen könnte. Kann man bei Beständigen DLC. Oder auf dem Wasser läuft. Oh, das sieht schön aus, ne? Aber kostet auch wieder, Puffi. Manche, die neuen DLCs, die kommen werden, die sind kostenpflichtig? Ja. Ja. Natürlich, was ist das für eine Frage? Warum machen die nicht kostenlos? Weil die dann kein Geld verdienen? Jetzt überleg mal, die würden 10 Euro im Monat verlangen oder so, wie WoW, die Scheiße oder sonst was. Oder 30 oder 50. Gleich neues Spiel. Ja? Die würden 700 verlangen. Ja? Oder 70.000. Ja, oder eine Million. Boah, oder eine Million. 30.000 Euro, es knallt. Ach, ne, günstig anfixen und I don't für 60 Dollar, egal, kaufe ich, wo, wann. Mit Schwimmfeature, ja, wahrscheinlich. Ja, und? Dann spiel ich lieber auf Bildwurst, da kann ich nämlich so schwimmen. Und das for free. Bildwurst hat keinen Spaß gemacht. Du kannst nicht mal in Real Life schwimmen. Na ja, aber deswegen will ich doch wenigstens in einem Spiel schwimmen. Ich kann dir das doch beibringen. Mein Opa hat mich damals ja versoffen und kleine... Äh, der hat mich damals einfach in den Dings geschmissen. Ja, wenn du das bei mir machst, dann hasse ich das. Warte, du bist wirklich einfach ins Wasser geschmissen? Ja, klar, du bist einfach ins Wasser geschmissen. Dann stand da mit der Dieb jetzt ein Pullo und gesagt, oh Kleiner, stell dir die so an. Wichtige Frage. Warte, warte, wichtige Frage. Konntest du danach schwimmen? Ja. Siehst du? Ja, das war aber peinlich, weil ich 20 war auch nicht klein. Nein. Aber ja, der hat mich einfach ins Becken geschmissen. Der hat mich einfach da reingeworfen. Ich hab das Seefährchen, glaube ich. Ich hab sogar Totenkopf gemacht, glaube ich. Weil Silber, Bronze es immer irgendwie so hat. Im Schwimmbad. Totenkopf kannst du bei uns machen. Da musstest du einmal trinken und dich selbst rennen. Nee, ich weiß nicht mehr, was man dafür machen musste. Ich glaub, eine Bahn tauchen und so ein Quatsch alles. Ah, du weißt, wie lange das her ist. 35 Jahre. Du willst die Klappe geflogen, ich könnte dein Vater sein, Junge. Könntest du nicht. Vielleicht nicht. Ich weiß nicht, damals. Ich war einmal in Leipzig. Hey, ich könnte es. Käse, Brokkoli, Suppe, Bruder. Was? Käse, Brokkoli, Suppe kann ich machen. Willst du? Ja. Erhöht 25 Minuten lang Stärke um 6 und Konstitution um 4. Oh mein Gott, ich dachte, du meinst jetzt in Real Life, Alter. Ach so. Junge, was weiß ich, Junge. Keine Ahnung. Ich friss Toastrot hier im Spiel. Ich dachte jetzt, Junge, ein Smaul, Alter. Letzerteig. Gott, ich dachte, du kriegst du das in Real Life. Käse, Laufsuppe. Der Memo wieder. Komm rein dröhnen. Der Dröhnt fliegt, Mehmet. Ey, ich kann so leckeres Essen machen, Giffy. Das wäre was für dich, komm mal her. Ich würde am liebsten einen Clip verlinken, ne, Giffy. Welchen? Ja, du weißt, wo du den eingegangt hast. Ach so. Das gibt hoffentlich, das würde, glaube ich, Ärger geben. Würde? Ich glaube schon. Aber weswegen? Ich glaube, Stream-Snipe ist verboten, obwohl das ja nicht mal ein Stream-Snipe war. Ne. Ne, kann ich nicht, leider. Lieber nicht. Vielleicht haut der Giffy den in den Discord rein. Wenn er dran denkt, irgendwann mal. Aber der Giffy hat gestern oder vorgestern? War das nicht heute? Ne, gestern. Ja, gestern. Hat gegen den anderen Streamer gekämpft. Und der Streamer war sehr sauer darüber, dass er gegen Giffy verloren hat. Er hat nicht mal gemerkt, dass er verloren hat. So schnell war der K.O. Ja, das war schön schnell. Ja, das war... Wie dick der Lauf direkt. War das da, wo du den AFK gesnipe hast? Ne, nicht wo der AFK war. AFK gesnipe. Wo die mit PvP an, in der Runde, am Würfel war. Ja, ja, typisch Keg-W. Typisch Keg-W. Da müsst ihr eine Disse schauen, Alter. Ich will das hier nicht verlinken. Das gibt, naja. Dann irgendwie so Streamer-Stress wieder oder so. Dann muss ich wieder Papa rufen. Also, was hab ich jetzt geschehen? Hi. Hi. Wo warst du denn? Auf Klo oder was? Nee. Ey, aber mal im Ernst. Ich hoffe, dass es okay ist für die Gilde, wenn man sowas macht. Was? Leute im PvP angreift? Willig, Junge. Hallo, Orange-Minze. Ich war eigentlich die ganze Zeit auf der Seite von hier. Ja. Diejenigen, die mit PvP rumrennen und sich beschweren, dass die angegriffen werden, die kannst du sowieso. Da hier rein sco- Ja, sollen sie doch. Oder wenn ich mit PvP rumrenne und ich hab Streamern, dann kann ich davon ausgehen, dass, wenn jemand mich abfacken will, dass der mich snipe. Nee. Und da soll ich nicht rumholen. Und einfach Niko. Niko. Dankeschön für den Resub im 29. Connect with Twitch. Guck jetzt mal, ob das jetzt geht. Oh, jetzt geht, aber wird ganz komisch angezeigt. Hat der einfach Niko mal auf dem Rust-Server gespielt. Und Dings. Machen wir das so. So, wen haben wir denn vergessen? Captain Gingerbird. Dankeschön für deinen Follow. Dann hab ich den ganzen Mal in den Follow vorgelegt. Aber trotzdem, Dankeschön. Die Kuso, Dankeschön für den Resub im Einreist. Viel Spaß, Mila. Danke. Die Kuso, Dankeschön. Und Jens, danke für den Prime im Zehnten. Mit Tagsheim. Connection Loss, danke für den Prime im Zehnten. Inception, Dankeschön für den Resub im Zehnten. Haze of Madness, Dankeschön für den Prime im Sechzehnten. Und Spoon, Dankeschön für den Resub im Vierzehnten. Ähm, da hatten wir, hatten wir Jerome, hatten wir Mad Mike, hatten wir Diet, hatten wir, da hatten wir, da hatten wir, da hatten wir, ja. Und Modson, Dankeschön für den Prime im Zehnten. Mit Kekoscheibe und Kekoscheibe. Love. Ich sag dir, am Wochenende wird nur gefarmt. Aber aufs Dreckigste. Guten Abend, ich bin froh, dass du um bist. Dadurch kann ich mich ablenken, bin ein bisschen aufgeregt, hab morgen für Theorieprüfen und Führerschein. Keine Angst, da, Bruder. Absolut keine Angst. Einfach machen. Selbst wenn du verkackst, machst du einfach nochmal. Das Verkacken ist echt nicht so schlimm. Ich kann dir eine Geschichte erzählen. Ich hatte einen Kumpel, den kenne ich seit kleinem auch, mit dem war ich in der Berufsschule. Der hat mich fast jeden Morgen, ich weiß nicht, wenn Jemmo noch hier ist, der wird das bestätigen können. Der hat Jemmo mich morgen gehen, morgen abgeholt und mir zur Schule genommen. Und der wollte irgendwann 300 Euro im Monat von uns für Verschleiß. Für seine Karre. Der Typ, der ist Auto gefahren. Mit Fenster runter und linke Kopf aus dem Fenster raus. Wenn der das schafft, ne? Wenn der Typ das schafft, Alter. Dann schafft das jeder. Real talk, Alter. Ich hab's nicht geschafft, das erste Mal. Egal, Alter. Das ist ne Sache, das ist ne Sache wie Dings. So schwimmen, so am Anfang hast du Angst. Und dann gewöhnt du dich dran. Viele Leute haben voll krasse Angst, auf der Autobahn zu fahren, neben LKWs, Junge. Und dann irgendwann driftest du mit 400 Kamerhandi vorbei. Paul Walker. Verlierst du deinen Führerschein. Egal. Einfach nicht nervös an. Denk dir einfach, jo, wenn ich verkacke, ist das halt so. Klar kostet das ein bisschen Leergeld, aber pff. Mann, das Ding machst du einmal. Und das Geld würdest du sonst eh nur für Scheiße ausgeben. Ach, das wird schon. Das wird easy peasy. So, ich bin raus. Harte, gute Nacht. Harte, tschüss. Bis morgen, bis morgen. Ja, eben, einfach machen. Mehr verkacken kannst du nicht. Und dann noch nicht sauer sein, wenn du verkackst. Einfach denken, okay, das hab ich falsch gemacht. Beim nächsten Mal mach ich besser. Stell dir einfach vor, die Autos sind nackt. Was, wenn du ne Wand crasht? Das ist nicht lustig, ne, Shapes? Also, über Autounfälle machen wir uns hier nicht lustig. Du, Rampelmann, du. Du war, Shapes. Buh! Buh, Shapes! Buh! Platz 18. Okay, war ich schon. Ja, selbst, wenn du nen Unfall baust. Okay, ich geb jetzt mal drei Quests ab hier im Townspot. Ich hab zwei Balken. Danach hast du fünf. Nochmal zwei Balken mehr. Stell dir einfach vor, du bist auf ne Kirmes, Junge. Und du fährst Autoscooter. Nein, nein, fuck. Nein, ähm. Äh. Ich mein, ich mein diese, diese Coolness, die man damals hatte beim Autoscooter fahren. Erinnert ihr euch? Man war auf Kirmes und man ist Autoscooter richtig cool gefahren, ohne drüber nachzudenken. Das mein ich. Ja. Scheiß, Alter. Nicht das andere, nicht das andere Autoscooter. Nein. Mach das ja nicht, Bruder. Der fährt ja auf die erste Kreuzung. Bum. Ja. Bum. Johannes hat gesagt, so muss das. Ich hab jetzt hier auch schon wieder ne Quests ab. Oh, ne Expedition. Ja, ja, ja. Ich stell mir das gerade vor, der sich... mit dem Tablet vor sich und schlägt einfach rein, seinen Stuhl auf den Kopf. Autoscooter. Ich rede von der Coolness. Und hallo, Gento. Und hallo, Gento. Hallo, Gento. Hi, Bert. Die Stimmen. Hallo, ihr Beids. Ui, Memo, guck mal. Hab ich Pippe in die Auge. Jetzt hab ich wieder so Erinnerungen an damals, so mit zwölf auf Kiemes, Alter. So ein Autoscooter-Chip gekauft, zu Hause im Vater seiner Garage. Loch reingebohrt, so ein kleines Band dran gemacht, damit man immer fahren konnte, Junge. Wenn die dich erwischt haben, Alter, bist du weggerannt. Mann, 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 Mann. Das waren noch Zeiten. Bin mal zu doof, um Timestand zu verstehen. Ich hab Durst. Ich hab hier nur Wasser, aber das ist kein Kohlensauger mehr drin. Wo ist der Kusch? Wo ist der Kusch? Wo ist der Kusch? Falls du gleich nach oben kommen solltest, aus Rälchen würden auch immer, ne? Kannst du mir da eine Flasche Wasser mitbringen? Das ist sehr nett. Jetzt muss ich mich jetzt nach unten rollen. Dann meckern die Nachbarn wieder. Ich hab keinen Lassenaufzug. Ich geh mal in diesen Essensaufzug. Kennst du die Dinge? Ja, ich sag ja, Lassenaufzug. Essens-Lassenaufzug. Endlich 150 Bergbau. Süchtig. Einfach nur süchtig. Tomat schon 250. Elvis, vielen lieben Dank für den Prime-Sub im dritten. Und MavCat, danke schön für 14 Dollar. Die ich natürlich in Skins investieren werde in dem Spiel, ja? Äh, pinke Päckchen für alle. Dankeschön, Mav. Vielen lieben Dank. Man aktualisiert sich der Shop eigentlich, ja, wollte ich gerade sagen. Dankeschön. Ich hab mit heute gehofft. Guck, die Axt sieht absolut hässlich aus. Wo ist ein neues Skin her? Aber der sieht gut aus. Der Hammer sieht nicht schlecht aus, ne? Den könnte ich mir holen. Der Hammer sieht echt nicht schlecht aus. Willst du den Hammer kaufen, Chad? Hab die Punkte. Willst du den holen? Ah, woher hast du so viele Punkte? Geh dich nicht scheiß, denk an. Leih mal 10 Euro. Ich hatte nur Geld aufs Steam-Erkonto. Was sind 10k oder 10 Euro? Weiß ich gar nicht. Ja, 10k sind... Also, für 8 Euro kriegst du 11.000. Den Anglern, was für den Anglern? Dat hier? Übel hässlich, oder? Axt. Voll hässlich. Ey, bei mir lädt's ingame. Ich bin jetzt glücklich. Ich kann nur, also ich kann alle holen, aber die zwei sind halt die Waffe nicht tragt. Kann ich mich auf die Kamera drehen? Kann ich einen coolen Rapier-Skennen? Ach, der sieht schon cool aus. Ne, guck mal, der in Giesel zu dem? Mit Wolfsköpfe? Das Geld auf Steam kenne ich. Hab ich letztens bei World of Tanks auch gefunden, per Zufall auf meinem Steam-Account. Ich hab mal vor ein paar Jahren von Trilux in einem Video gesehen, wo der gesagt hat, yo, gebt euch diese Kisten hier, die könnt ihr irgendwann verkaufen. Und ich hatte, glaube ich, 400 Stück oder so davon. Und hab die verkauft, als die bei 30 Cent waren. Jetzt sind die schon über 1 Euro. Ich vollidiot, Alter. Soll ich den holen? Da war kein Hammer. Ich dachte, hier ist ein Stab und so. Ja, die Skins sind doch nicht so cool. Es gab nur einen Skin und das war der hier, der Rüstungsskin. Der hier, den hab ich geholt. Aber den trage ich grad nicht. Aber ich find den Dings cool mit dem Oma. Du kannst aber die Axt und den Hammer nicht gleichzeitig auf dem Rücken tragen. Ich glaub, das ist auch noch ein Bug. Äh. Hab ich denn nicht gepeinet? Ich seh irgendwie egal, was ich finde wie ein Pirat. Das ist ja auch so quasi ein Piratenspiel, ne? Wo ist Waffe wegstecken? Bin ich doof? Ah, hier. Guck, die sind ineinander dann. Absolut Müll. 40 Euro, by the way. Wenn du den Stab an hast und so geht das. Das war in der Beta nicht so. Aber jetzt ist das so. Leider. Hast du 100 Gold wieder zum Obro hier? Hast du eigentlich weil der 50 Euro wär so unter Beinen ein Hund? Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich würd mir die Deluxe-Edition gar nicht holen, aber Spicer hatte die grad zum Verkauf. Deshalb hab ich die einfach genommen. Was machen? Ah, da oben, da musst du wieso hin. Welchen der beiden Hammer-Skins findest du besser? Es gibt doch nur einen, Bruder. Es gibt nur den hier. Das hier ist kein Hammer. Ach doch! Boah, Bruder, was ist das denn für eine Pommes? Das ist ein Hammer. Hä, warum gibt's zwei Hammer? Boah. Sieht ja wild aus. Oh. Ah, ausgerutscht. Ah. Ausgerutscht. Scheiße. Fuck. Den würd ich doch nicht kaufen. Boah. Boah, was ist das denn? Er sieht böse aus. Was macht der denn da? Ach so. Ich dachte, er will den Baum fällen mit seinem komischen Halsstab. Ich bin auch stolz auf den Gyfi. Gehen wir erstmal die ganzen Pommes-Dinger her. Mal gucken, was Philippe da bringt. Oh, für dich hast du dich nicht verletzt beim Dings. Das ist eine Bombe, Alter. Hm? Hallo, Schwester Kusch. Hallo, Schwester Kusch. Das ist halt. Also da hat der Cooper und so schon recht. Deutsche Mentalität. Grüße, Herr Vater. Grüße. Das ist halt so wieder deutsch. Warum greift der mich an? Ich hab doch PvP an. Das wird, denke ich mal, wenn der Hype bleibt und das Spiel hier krass gespielt wird, wird das, glaube ich, noch richtig Drama geben mit New World. Okay. Ach, wie ein Fallzimmer. Du's. In a new week anyway. Geh dich überhaupt gerade auf? Ja. 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 Ich liebe dieses Geräusch, ne? Bin auch hart am Ausprobieren und ständig umspacken, was es für Möglichkeiten gibt auf den Waffen. Pack wie immer wieder. Was ist denn? Was ist denn der Nummer, Timmer? Denk dran. Gold, ne? Was ist alles? Was ist das für ein Skin? Einer. Geht's nicht, oh, go by the way? Nee, siehste nicht, vielleicht. Eli, er kommt bald ab. Oi, oi, oi. Geh! Scheiß Perk und Wurf. Scheiß Perk und Wurf. Ich respawn aber schnell hier. So. Fertig. Hallo Vagus. Der kann nicht nur ILL lutschen. Hast du aber aufgeholt? Nö, ich hab nur mal angefangen. Das ist nur gar nix. Sag mal, what? Ach so, alt. Du hast gesagt, Bruder, warum kannst du eigentlich rollen? Bin ich zu dumm? Meiner kann nur in deine Richtung slashen. Du hast zu schwere Rüstungen, Bruder. Siehst du hier oben. Du musst leichte Rüstungen haben für die Rolle. Dann machst du auch mehr Damage. Und zwar 20% mehr Bonus schauen. Hältst aber dafür nicht so viel aus. Oh. Ne. Okay. Bist du unfassbar schnell, wenn du eine Rolle machen kannst. So. Ähm. Fuck, man. Ich hab das Holz vergessen. Gehen wir gleich nur holen. Na ja, hier. Ich mach da dabei über den Maus, dass das... Warum mach ich so monatip? Warum mach ich so monatip? Was macht euer vor um einen fortzuerbern? Ach, wir leveln. Die Leute sollen erstmal leveln und sich mit dem Spiel befassen. Anstatt wir da so reinschwitzen, ne? Das... Das nimmt einem nur die Motivation, wenn du dann von High-Leveln Leuten noch Preise kriegst. Unsere Zeit wird kommen, wenn alle durchhalten. Bonus Problemos. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Ich weiß immer nicht, was ich bei dieser Kartenbundin nehmen soll Gibt es da einen Tipp Auf jeden Fall Storage Ist ganz wichtig Damit du unterschiedliche Bunker überall hast Keine Metz Ich bin jetzt in der neuen Stadt Und ich habe hier mein ganzes Zeug nicht dabei Vielleicht probieren brauchst du nicht Einen Luchs finden wir bestimmt gleich Brauchen wir auch nicht Das können wir annehmen Vielleicht kriegen wir das noch hin Das kriegen wir auch hin Das auch Das nicht Keine Metz-Boy Keine Metz-Boy Was ist das denn hier? Energiespendende kleine Ration Und Energiespendende Reise probieren 15 Stück Und dann Was ? Was ? Was ? Was ? Was ? Was Handy hat einmal Better ? Und dann Geduld 今回 Überleg immer noch, wo ich mein Haus eben kaufen will Wobei es denke, total egal ist Irgendwann gibt es mal ein Main-Aktionshaus Am besten in dem Gebiet, den deine Fraktion hält Weil dann kannst du zwischen den Gebieten Die deine Fraktion halten Kannst du deinen Storage immer hin und her wechseln Alter, ich hab die Tafeldinger nie gemacht Ich glaube, ich level irgendwie Kacke Du musst die Tafel nie annehmen, Jammo Da vorne, dann hast du deinen Fraktionsleiter-Typen hier Du bist ja auch beim Syndikat Da vorne da der Der hat auch nochmal so eine kleine Tafel Da kannst du drei normale Questen immer annehmen Und drei Dings sogar, weißt du, Ding Und drei PvP-Questen sogar Plus diese normalen Questen halt Weißt du, guck mal Das ist nicht schlecht Ich geh im Holz besorgen Ja, du musst immer farmen Vor allem immer die Tiere kaputt machen Die sind ja alle ausgewachsen hier Doch, den Stab guckt Ja klar, ich hab da weitergequestet Ich bin gemutet Oh, ich bin gemutet gewesen Warum auch immer Ja Hi Sorry Hallo, ich bin gerade in den 35er Dungeon Und unser Tank ist einfach gecrashed beim reingehen Und unser Tank ist einfach gecrashed beim reingehen Also neben seinem Game ist gecrashed Nein Jetzt stehen wir hier Ja, die Viecher skinn ich immer Und ein paar Streiche und so Aber bei mir kommt es zu wenig Musst halt nachholen, ne? Du kannst halt nur mit Berufe erstmal leven, ne? Gemmo Dabei ist egal, wenn du die Quests vernachlässigst Die kannst du später wiederholen Also kannst du immer noch machen Und die geben immer noch gut XP Ich hab das Townboard voll unterschätzt Jetzt gehabt anfangs Ich hab das dann erst so mit Level 29 wieder angefangen Ich kann dir, pass auf Es gibt eine Taktik Das macht der Gyfi nämlich gerade Und zwar Zwischen der Stadt Der Oh mein Gott, ich hasse das Ding Zwischen der Stadt Der Stadt und der Stadt Ne? Weil du guckst den Stream Ja, ja Du fängst Ist eigentlich scheißegal, wo du anfängst Du fängst hier an Nimmst alles an Fraktionsquesten Und diese Townhold-Dinger Läufst zur nächsten Stadt Hebst bis dahin alles, was du findest auf Und machst, was in der Nähe ist Nimmst hier die ganzen Sachen an Läufst wieder zur nächsten Stadt Machst auf dem Weg Hier ist alles, Alter Machst da alles fertig Das Ding ist nämlich Wenn du hier eine Quest kriegst Zum Beispiel Töte 5 Hasen Und die kriegst du hier auch Und du tötest 5 Hasen Zählen die für beide Quests Ja, ja Verstehst du? Und du läufst die ganze Zeit Diesen Triangel hier Und machst immer alles fertig Und dann gehst du abgeben Hier abgeben, neu annehmen Hier abgeben, neu annehmen Machst du die ganze Zeit So ist der Typ Ja, das ist ja das Guide Fürs schnellste Level 60 oder so Ja, ja, so ist der Typ World 1st Level 60 geworden Der hat nix anderes gemacht Naja, nee, nee So dringend will ich jetzt auch nicht leveln Naja, kannst du das ja kombinieren Du kannst auch Portale rennen Wie wir das gestern kurz gemacht haben Wir sind auf Utgard Also wenn wir mal so Wenn wir mal so 15, 20 Leute wären Dann könnten wir auch einfach easy Portale rennen Da Level zu Also ich hab glaube ich Da am schnellsten gelevelt Wann, das geht schon Wird nicht nur Spaß haben Ja, aber das machst du halt Wenn du schnell maxlevelst Aber du hast von diesem Gerusht hier eh nix Da renne ich lieber rum Und der Kunde den ganzen Scheiß Und wundern mich Wie ich vielleicht allein Oder angemaufe Fresse oder so Solange du XP formst Wirst du irgendwann 60 Dann ist cool Ja und vor allem musst du sowieso Wenn du so durchfrascht Musst du am Ende sowieso Noch wegen deinen ganzen Berufen Wieder überall hin zurückgehen Mir geht's ja jetzt schon so Dass ich mein Skinning Noch nicht hoch genug hab Und nur sowas skinnen kann Und es dadurch immer nur noch schlimmer wird Ich hab einen Baum vergessen I-Dick wächst für Kinder Aber was hast du davon Wenn du Level 60 bist Aber ein Movement hast wie einer Wenn du absolut nicht spielen kannst Denn das, was ich jetzt gerade zeig Oder dieses gegen die Monster Gegen NPCs kämpfen So kann jeder Und hier ist Endgame-Content Einfach nur Castle-Siege Und PvP Ich hab nur nix gehört Von irgendeinem Raid Falscher Baum by the way Hast du Holzhaken schon 100? Nee, 60 Aktuell zwei Dungeons berufen Falls PvE endkontent Ja Das hat Jamami schon gesagt Das beste Gear kriegst du halt über Craften Und ich glaub da Die Stufe davor mit dem besten Gear Kriegst du halt über Faction-Dings Musst du gar nicht machen, Alter I-Sin die Card Moin 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 Du kennst Gothic Oder einer der Gründe, warum wir Fünfter Spiel zocken Also ich und mein Real Freund Ich kenn Gothic vom Sehen Aber ich hab jetzt selbst nie gespielt Endkontent Ich soll erst mal fixen, ob man schwimmen kann Dann soll die den Dodge fixen Weil das ist nämlich für Resident Sleeper, Alter Dann kommen sie nämlich so Äh, da hinten ist einer Dodge Hauen Äh Dodge Du denn von mir, Alter Ist jetzt mein Wer na hier, Schwule Wie der guckt Ich glaub bei dir Ich glaub bei dir Ich glaub ich mir Blacklist Ich glaub schon wieder Erz irgendwo hier Langsam Ganz einfach nicht dann nehme ich lieber den cdn kauf und fressen hinten ich ja so einen kleinen global cd von 0,3 sekunden oder 0,2 oder so dafür dass ich jeden hit den ich sehe und erkenne im spiel selber blocken kann instant gerne weil jetzt ist das bisschen so glück krieg verloren in wem thornwebemob da verloren beispiel bei der deutschmann ja auch wieder ist das alles aber mega klinik da musste man gilt was das genauso wahrscheinlich geht was das absolut in 10 wird das gleiche system was also kann system marodeure haben verloren ja klar die gelben das mode marodeure sind doof ich habe kiste vergessen vielleicht level 40 die ist nicht schlecht kann ich gut verkaufen weiß nicht wenn man das ist eigentlich gut hier was ich mache gerade und turkey ich habe gerade den stream davon also den hat erklärt weil man da machen muss aber das ist mega langweilig oder im prinzip ist das eh scheißegal über die questen hier genauso langweilig genau so langweilig sind geh dahin hol mir da aus der truhe irgendeinen kompass und hol mir da was raus und das hier ist halt eigentlich nur so entspannter wenn du jetzt bei eine serie gucken willst oder so die questen ist halt echt nicht langweilig ne das ist kein story game so ich habe keine ahnung ich freue mich halt aufs pvp und diese städte ding und so wenn du aktive leute hast mal gucken heute müsste glaube ich sogar krieg sein ne von der lotus haben die haben die nicht schon warte mal ist da nicht der krieg beat gegen wen habt ihr gekämpft 25 minuten geht auf jeden fall ein krieg und windspot los da kämpft black lotus also die gelben warte mal du bist doch selber bei gelb oder nicht dann ist er grün ne du bist grün bist du grün oder gelb er ist auf jeden fall grün glaube ich er ist oh mein gott ehrlich oh bruder versuch zu switchen alter fraktion oder grün stirbt grün ist also ich dachte ja schon dass wir kacke sind aber grün ist glaube ich noch schlimmer dran am krassesten ist der geld ne also momentan ist da ist halt eine gilt wo es zwei gilt die in gilt wo es kommt das macht das ist so multi gaming clan alter aber im moment also sind jetzt nicht die krassesten spieler hier aber momentan sind die am krassesten aufgestellt wir haben halt am meisten leute ja weil die max level sind und alles aber sind aber am meisten und die spieler hier gerade noch am level sind alter die vom skill hier tausend und besser sind sehr 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 viele wir kommen noch die grün sind immer die die laufen mit zwei mann rum wenn die verlieren rennen die weg und suchen sich wieder ihre meds oder rennen in die stadt ach ich glaube da nimmt sich keine seite irgendwas die grünen die sind gemein die haben mich aufgekühlt ich bin ich überhaupt niemals in krieg spiele alter mal gucken ja junge let's go mit schon die die ersten fraktion die sich verbinden wollen und cutless keys unten kann man krieg die klären ich kann sie jetzt zwei stunden oder so nur rum oder eine stunde gibt dann hut vendetta vertrag für syndikat wir haben ja schon zu ich weiß nicht wie der im spiel heißt aber jemand mit dem ich war mit igay bei meckes war habe ich das schon erzählt da ne der spielt auch hier auf dem server bei syndikat der ist bei black lotus wir haben da auf jeden fall schon connections hin da werden wir uns auf jeden fall verbinden der heißt im spiel hier genauso gleich ich bin noch nicht geält ich habe nämlich gesehen der ist in der kriegsvorstellung dabei vergleicht oder ich laufe fünf minuten hier rum ich bin schon fertig ne ich hasse das wie die pest dieses quest system ne junge junge wer hat sich das ausgedacht ich habe ein bisschen berufe ja berufe auch wichtig vielleicht meinung auf 100 die heißt auch gilde kack w wir sind hier um zu trollen wir werden alles einfach freuen die angeln auf gar keinen fall obwohl du die dicken lachsfische im aha verkaufen kannst weil die auf dem board die kannst du auch abgeben ne drei dicke lachsfische so ein ja ja deshalb kann man die im aha verkaufen weil man die braucht fürs board mal habt ihr schon eigentlich der dings gesehen die oma hat uns ein bild gemacht für die gilde wer schreibt mich nicht schon wieder an wo habe ich denn das gepostet hier guck mal da hat die oma wieder einen gezaubert das sind wir ich glaube weißt du bescheid was abgeht e2 oh das ist der finn ist das gar alter in dem zweiten dungeon brauchst du ja richtig movement in der 35er dungeon langweilig aber er lohnt xp fisch für kochen kisten mit hd geld heute mal 2-3 stunden probiert und ein level gemacht und jede menge zeug aber das ist mir dann doch zu langweilig 2-3 stunden für ein level ist echt schon ich will halt du musst halt trainieren so ein bisschen du musst halt sowas hier können und dann noch ritten machen Was ist denn hier los? Ich bin du wirst gejagt. Aber der Pela hier bei mir, oberkörperfrei ist der am Holzhacken. Ich hab gar nicht wissen wie viele schon wieder angeboten. Ich weiß auf jeden Fall, hab ich gelesen, dass der Reggie gibt. Seid. das wird für die konzentration ausdauer ja du kannst aber wenn du keine ausdauer mehr hast dann blockseite ja und ja was mit ausdauer einen in drauf und eigentlich auch die idee klingel dankeschön für den pranz ab im fünften guten auch kein india du brauchst nicht so lange damit gar konzentration schon so sauber blocken bock keine ahnung ich weiß nicht so so Okay. Langsam läuft's, langsam läuft's. In drin. Nein! Oh mein Gott! Das war knapp. Du bist im falschen Gebiet. Gucken wir mal. Hast recht. Du willst einen Absticher machen. Und Maxinator, dankeschön für den Primester beim dritten. Oh, ich wurde angenommen für den Krieg. Echt? Jo. Warum musst du streamen, Alter? Sag mal, was da abgeht. Ein Discord oder wo? Nein, mach doch einfach Twitch an. Die Freunde würde ich machen, ne? Wann? Wann ist der Krieg? Die sollte man übrigens aufhalten, ne? Ja, komm, mach die Pommes an, Güphi. Oh, ich start grad los. Güphi streamen, wir wollen Krieg sehen, Güphi. Vieraufnahme mach ich, oder? OBS? Mhm. Warte mal, da unten ist ein Lager. Wo sind denn die noch Lager? Glaub ich bin live. Kannst du nachvollziehen? Ja, ja, ich behalte die viel genug. Jo, Moment. Ja. Stopp. Ich glaub, ich wurde rausgeschmissen. Du gehst doch auch schon wieder falsch ins Gebiet, oder? Wo wurdest du rausgeschmissen? Im Krieg? Ich bin im Loading Screen. Oh ja, okay, ich wurde gekickt. Wie geht's? Wurde reingeladen und dann wurde ich aus dem Krieg rausgekickt wieder. Wow. Das hat weh. Schade. Hätte ich mir gern angesehen. Ich mir auch. Ist das nur dieses Gebiet? Ja, da hinten in der Ecke sind wir. Wie viel? Jetzt musst du trotzdem, weil das ist schön. Ja, jetzt lass ich auch an. Ich hab keinen Ton. Wie viel hat keinen Ton? Ja. Wie viel? Wie viel? Hallo? Habe ich den ja gerade bekommen. Ich hab den ja auch wieder offen gehabt. Ich hab den seither schlafen. Ich hab den ja auch mit dem Decay mit besucht. Ich hab der ja auch mit dem So, ich hab den ja auch mit dem Da ist es in der andere Sälte. Habt ihr ihn irgendwo bei mir gesehen? Ich hab den ja auch mit dem Mann-O-Meter! Ich bin zu alt, ich kann das nicht mehr. Geh mal nach oben, warte mal, bis der respawnt. Uli, hinten ist da gleich auch ein respawnt. Welche scheiß Werbung. Welche Werbung jetzt Sonic? Die Startwerbung, wenn du Stream öffnest. Ach so. Und wenn du selber überhaupt keine Shells hast, gibt es manchmal random Rolls. Habe ich zumindest mal so verstanden. Hallo, mir ein englischer Giffy gefragt, wenn ich meinen Namen. Halt für was? Dachte ich... Was? Geh nicht hier rum. Ich habe nur einen richtig kleinen Bogen bekommen, glaube ich. Bogen skaliert mit Geschick, gell? Halt für was? Da habe ich meinen Bogen, glaube ich. Du hast euch doch viel. Das ist noch ein bisschen cool. Wie? Dachte die Steine. Okay. Also, bei mir ist das so, wenn ich den Stream kurz wechsle, bekomme ich immer neue Werbung. Das mache aber nicht ich. Es ist Hammer Time! So, Stream nicht wechseln. So. So. Hi! 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 Ich habe ihn jetzt wieder gelandet im Game. Ich habe ihn down. Müsst ihr nicht eigentlich so seltener respawn? Lohnt sich, Turbier? Dann hast du halt gar keine Werbung mehr, ne? Keine Ahnung, ob sich das lohnt. Ich habe auch keine Werbung, wenn ich ihn gucke. Boah! Wird geschickt aus dem Himmel. Soll die Erde retten. Also, der Kick aus dem Krieg, das hat schon so ein bisschen Will jetzt, ne? Das nehme ich dem persönlich. Ja? Ja. Wer hatte ich denn gekickt? Ich weiß nicht, der stand nicht da. Sie wurden in den Krieg eingeladen. F1 annehmen, habe ich gemacht, war ich drin, wurde ich direkt wieder gekickt. Welches Level bist du nochmal? 39, gleich 40. Oh, Nase. Ach, das ist doch doof. Ach, das ist doch doof. Oh, hier. Boots. Boots. Bäh. 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 Sonic, vielen lieben Dank für 5 Gifte Zaps, Mann. Und zu nix, Senior Momo und Taku Benz und Projektilbremse. Iiiiih. Bäh. 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 Und Imitor, Dankeschön für den Primeshop am 19. 2 Minuten habe ich noch. Vielleicht laden wir doch wieder einen. Ich glaube, das war nur ein Versehen. Wo haben die denn Krieg hier bei mir oben? In Windsward. Was ist das? Vielleicht kenne ich Städten Namen alle nicht. Das ist die einzige Stadt, die wir besitzen. Die wir besitzen? Äh, die, die... Nee, nicht die einzige. Sorry. Ich dachte, ich war gerade... Unten und Intermesseriff? Oder wo? Äh, warte. Hast du auf Deutsch oder Englisch? Hm. Chinesisch. In der Mitte da. Windkreis, Windsward. Da ist der Krieg. Achso. Windkreis, hallo Michael. Tschüss. Wo ich das Geld wieder für Essen ausgebe? Aber wo kaufst du doch Essen? Was ist denn? Äh, rufen... Hink dran, wenn ihr für drei Monate selbst habt, spart ihr ein Euro noch was. Dankeschön, Dieter. Oh, ich bin müde. Wir spielen gleich schon wieder... Zweieinhalb Stunden schon. Das kommt mir vor wie zehn Minuten. Warte noch auf Droptober-Einsprache von Köln. Das Wehrmacht wird knapp und so weiter. Soon, oh mal, soon. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, wie viele Subs und so alles da sind. Aber das wird wahrscheinlich jetzt massiv droppen wegen New World. Weil du spielst keine RP mehr. Aber ich guck da meistens eh nie drauf. Von sieben auf drei Subs runter. Oh nein. Hätte ich mal grad den Skin nicht gekauft. Scheiße. Also ich muss ja sagen, mag das Spiel überhaupt nicht sein. Mit dem Organ ist meins. Aber habt mir Samstagabend mal geladen wegen Freundin. Was soll ich sagen? Jetzt bin ich level 28. Ayran, danke schön für den Prime im vierzehnten Tag, Tag, Amigo. Ja, so ist das, ne? Erstmal Hype Tram. So schlimm es kann nicht sein. Ja, ja, genau. Oh, die immer wichtig. Hype Tram. Nein. Böser Hund. Nein. 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 Aua. Geh weg. Ich kann nicht mal mehr reden. Verzeiht mich. Ich bin schon seit sehr, 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 sehr langer Zeit wach. Ich hätte früher gestreamt, aber ich musste... Ne, ich war ja früh in der Q. Aber ich hab auf Jasmine aufgepasst. Und die war die ganze Zeit hier im Rumholen und so. Und musste bisher mit ihr spielen. Ich bin seit halbemorgens schon drin, ne? Ich weiß nicht, wie die Q gerade ist. Ich hab gelesen, schon 1500 wieder oder so. wird das Jess und Niedern sich verkünden lernen. Hm. Die wohnt jetzt bei uns, die Jazz. Ich wusste, dass ich fertig bin. Die Dicke. Die Dicke. 40 Euro. Da kann die mit den Chivuvus spielen. Genau, was ist das denn jetzt hier? Was geht denn hier ab? Das ist ja auch viel angenehmer als abends. Abends ist man immer müde. Eigentlich sind meine Streamingzeiten. Ist ja sowieso auf RP angepasst. War voll trash dafür. Dachtet morgen, ich stehe früh auf und spiele ein bisschen. Ich war todesmühel wieder. Ich muss zum Mittagsschlaf machen. Du bist ja auch noch klein. Ja, okay, dagegen kann ich nichts sagen. Irgendwie ist die FPS hier ganz schrecklich. Und hier gibt es ganz viele Lichtfehler. Hast du Schatten eigentlich auf Load of Mitte? Ich glaube Mitte. Auch Mitte gemacht. Ja, aber hier sind Kisten. Kannst du mal deine Stats zeigen, Bruder? Ich bin voll auf Stärke gegangen. Du kannst aber... Du kannst aber auf Conspec, also komplett auf Ausdauer. Und dann nimmst du den Jam in die Waffen rein. Und wenn du keine volle Ausdauer hast, dass du mehr Schaden machst. Wir wollten nur kurz anmerken, dass ich gerade mit Lurch und Rhys in einem Dungeon drin bin und das einfach Vollidioten sind. Danke. Warum? Ach, man muss da so einen Stab holen, damit man durch so Laser durchlaufen kann. Und die haben den jetzt schon zweimal haben sie das verkackt und ich muss jetzt zurück teleportieren, weil ich gestorben bin. Naja, aber da gibt es manche, wo du einfach nur so durchlaufen kannst. Du bist schon wieder fertig. Hey, stopp. Mein Kleiner. Ach so, let's go. Junge, diese Flackerei, das geht mir richtig auf den Sack. Das tut weh. Dein Weg hier. Ich gehe damit runter. ZUCH 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 Lügenbomber, ich glaube den Bomber. Könnt sogar aus dem Chat rauskopieren, Lohd. Jetzt stell dich nicht so an, gib es wenigstens zu. Genau. Dieses Flackgang geht mir so auf den Sack. Oder ist das hier so normal? Nein. 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 Ich bin kurz nicht intakt gewesen. Jetzt ging es. Kommst du raus zum spielen? Okay, ich warte. Nein. 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 Vielen Dank. Ja, öffelisch ist, ich weiß. Alle müde, immer müde. Oh, man macht immer alle müde hier. Oh, es geht. Ach so. Wegen dir möchte der kleine Mann nicht schlafen kommen. Freundin nach Hause und wieder Stress. Sag einfach, der hatte Bauchschmerzen. Oh, da gibt dem Weg Medi-Neid. Hab ich auch mal getrunken, als ich klein war. Echt? Also bei mir auf dem Dorf hat mir das Eindracht gelöst. Kekse. Ich mag Kek. Alter, was geht denn jetzt ab? Oh nein. Nucke in den Schnaps getunkt haben sie früher. Montagswürdigkeit. Ich bin echt schon lange wach. Boah, mein Milch will ich sofort einpennen jetzt. Moncherie mochte ich nicht. Ich mach jetzt das Fenster drauf. Ich hab einmal, als ich klein war, bei der Oma aus dem Sektglas getrunken, weil ich dachte, das wäre Mineralwasser. Ich kann ja eh das mal explodieren, die Scheiße. Woher wusste ich, dass ich schon wieder fertig bin? Aber sieht schon cool aus. Er hat so ein bisschen was von Harry Potter hier. Diese kleinen Dörfer. Der Kleine hat uns heute auch viel geweckt. Seitdem er in Wach blöde Zähne. Ich weiß nicht, ob meine Zähne gejuckt haben, als ich klein war. Das weiß ich heute noch. Hab ich auf Lego-Reifen rumgekaut. Ich hab mich auf Lego-Dreifen rumgekaut. Ich hab mich auf Lego-Dreifen. Ich hab mich auf Lego-Dreifen rumgekaut. Ich hab mich auf Lego-Dreifen rumgekaut. Das ist ein Bitstab. ob man hier nicht drüber kriegt Ich trink keinen Kaffee lang aufs Show Als Kind auf Lego Reifen kam, war aber auch geil Ich hab das halt Real Talk gemacht Was hast du heute noch? Was hast du heute noch? Jetzt kickt aber die Müdigkeit richtig hart rein Deswegen hab ich das Fenster aufgemacht Jetzt gehts bei mir wieder Die die Hat der Bus hier einfach zwei Phasen? Oh nee, muss nicht irgendwelche Frauen auf Twitter anschreiben? Alles erledigt Eiskaffee, Red Bull, oder? Manchmal hilft auch Tee Ich trink auch kein Red Bull Eiskaffee trinke ich Ach, boah Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung Entschuldigung Die Neste Alt Was? Also Was ist Neste? Was ist Neste? Neste Alt Oh, ist ein Stinker, meine Das ist ein Stinker ist es nur wieder diese angehen und ist mit dir eigentlich verkehrt berechtigte frage oder ich habe dieses gebiet jetzt schon ehrlich ist er ohne sogar die von läuft 34 erst mal 12 zu dem locken naja kürt ist müde ich will wieder offline genug gearbeitet diesen monat schon wieder ausgemacht jo warum weiß nicht ist langweilig ich laufe nur die ganze zeit yes wieder live wenn du streamer ausmachst in der hoffnung kriegst du einen host ja normal darum bin ich auch hier oder nicht eigentlich mag ich dich gar nicht nicht schlimm wo ist denn das werkzeug aus was willst du von mir so so ist recht mein gott jetzt gibt der uni mir schon tipps so weit ist es gekommen weiß nicht ob ich enttäuscht sein soll von dir ja da liegt an meiner müdigkeit und hier sind nirgends so truhen hm 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 Das war's für heute. Ey, sorry, aber der zweite Dungeon ist das verpackteste in dem kompletten Spiel bisher. Bist du so verpackt? Da hab ich gar keine Bugs. Ja, pass mal auf, der zweite Boss, also der Boss, der hat ja so Phasen. Und der spawnt jetzt, ich bin gestorben, bin rausgeflogen und hab dann auf einmal drei Ads hier gepullt, die mich die ganze Zeit jetzt attacken und ich denen nicht Damage machen kann und die mir nicht Damage machen können. Das heißt, ich hab jetzt drei Begleiter permanent, die kein Damage machen und ich bin auch nicht. Das war lustig. Dies ist die Feature. Hab ich mich erschrocken, Alter. Wie so ein Trottel. Äh, Narte, aber nicht der Narte. Dankeschön für 12 Dollar. Welchen nicht aus? Schutzgeld für Kürlis. Grüße an Giffy und den Chat. Grüße zurück, Giffy, hast du gehört? Ja, Grüße zurück. Ich bin nicht ausgeschlossen. Und der Bomfer wird ausgeschlossen. Lange schön, Narte. Hab meine Gefühle verletzt. Ich will ja nicht nach Hause von hier. Oh, mein Handy ist leer. Oh, mein Handy ist leer. We go, we go, we go. Hallo? Ja, hallo. Ey, Gypsy. Ja? Wo finde ich Grizzlys? Boah, ähm, warte. Hatte voll viele Sachen mit Grizzlys, aber ja. In Brightwood? Ganz oben rechts. Ja, Bruder, ne, da bin ich gar nicht. Ja, das ist, ich weiß nicht, da gibt es viele Grizzlys. Sonst weiß ich nicht. Du bist hier vor mir gerade. Vielleicht die Grizzlys ab. Guck mal, ich geb jetzt drei Sachen ab, ne? 2000, 4-2. 4-2? Warte, warte, warte. 4-2. 5500 kriege ich jetzt insgesamt. Von drei Sachen. Ah, okay. Ich dachte, 4-2 hat die deine gegeben. Ne, ne. Hm. Hm. Ich dachte, 5500 kriege... So, ich bin jetzt mal mal. Ich habe eine Machinaale auf zwei Sachen. Dann habe ich 10 Tage, um, auf eine Begründung. Ich habe ein Mörger auf deux Sachen. Ich habe eine Bolton in die drei Sachen. Zeigere Grenzen. Ich habe eine Erfahrung mit, um, was ich mich crooked hat. da hast du es was habe ich wie viele muss man denn ohne ist frech ja weg ja weg ja schon der short irgendwie besoffen oder so alter der fuck mich jetzt schon wieder ab schon wieder gar keinen Bock mehr mit Portale zu gehen weiter Nee, kein Bock mehr Shorty, du fuckst mich schon wieder ab. Nimm wie lange das mit. Ich habe die Lüge. Chat müde, stream tot, Curtis müde Da Vinci lacht Hier sind alle müde, hier sind immer müde Ich seh mich nicht hier Wuhuuu Das wird wahrscheinlich alles nicht reichen für Level Up Geht doch bei Bad Curtis Jaaa Vielleicht mach ich da doch gleich mal gucken Bye, have a beautiful time Könnte aber im Giphy weiter gucken Oh wait Und Jabba Rose Dankeschön für die Weasel vom zehnten Oder Mila, Mila spielt Outlast Kacktis für deine Buchs Fein Was ist das denn? Ich dachte, das wäre ein Tier, Alter Geht mich in Ruhe Giphy gönnt nicht, ne? Der gönnt nicht Der Giphy hat wahrscheinlich Speedrun gemacht, gesehen Ah Fünf Leute nur da Habe ich wieder ab Lüge Habe ich mir selbst bei dem Content nicht mal zugeguckt Bin still rumgelaufen und man hat sich im Hintergrund gehört, wie du Subs vorgelesen hast Mila, zeig dann wie das war Das ist doch bessere Content als alles angewendet Ja eben, was willst du denn noch mehr? Und dein gutes Gameplay und gehört aus einem guten Kommentar dazu Hm 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 Das mag Spaß Wo sind denn diese Holzhunde hier? Buh Giphy, Buh Buh Der hat bei 16 Leuten ausgemacht Boah was Ein Assi Und nicht Boah, was ist denn das hier für eine Produktion? Das waren mehr sogar Ui Wo bin ich denn hier gelandet, Alter? Boah, halber Avatar Hm, aber die Missionen da haben mich richtig angekotzt Was schön Aua Aua, Aua Haben wir keine Runde hier? Wie? Ah, wenn Krieg ist, dann äh Ist der Krieg im Fort und dann kannst du da nicht hinlaufen Du wollte da gerade langlaufen und dann schon in der Restricted Area Restricted Area? Ja, hm Ui, Memo, guck mal Wart mal, warte Die erinnern mich an diese Waldläufer da aus Guild Wars Fällt mir gerade auf An die Holznatur, dudes Oh mein Gott, ich muss echt Oh, ich kann die Quest gar nicht machen Ich muss Holzfällen erst auf 100 machen Ach, die Mach mal mit Holzfällen 100 Lustig Okay Was lachst du denn so? Oh nee, du weißt nicht mal, ob man hier Bäume fällen kann im Spiel Oh nee, du weißt nicht mal, ob man hier Bäume fällen kann im Spiel Man kann nicht mal Stunden, warum darf man denn keine Stunde schreiben? Ja, was hab ich denn geschrieben? SCD Achso, wegen der Dings Ach, ja, ja Wegen der Krankheit Wegen SCD? Echt jetzt? Ja, ja Crazy Shit, was sie alles restrikten Ahhhh Wurde ich nicht lang Tüffi hat auf dem Paus nachher mal Autogramme von Körlis verkauft Weiß noch keiner Ich kann das sehen, Körlis ja, weil du den Schimpfhautfilter ausgestellt hast Und Swipsy, danke schön für den Weezerbim 14 mit Kekoschnärm Wegen Wegen Oh nee, wie der Pfeif hat Fünfkopf Cybermobbing Warum nennts Cybermobbing? Also Wir distanzieren uns von jeder Art von Mobbing Das ist mal ganz klar Außer es geht um Gülfi Hä Die ist ja gar keiner mehr in dem Gebiet, du mach die Portale Ui Lauf Jetzt ist bestimmt dein Ding verpackt, oder? Ne? Ne Sogar nicht Haben sie das jetzt gefixt? Oh Bomfer Ne, ich hätte vorhin den Bug Ja? Dreh dich um Achso Ich bin ja noch ingame Hi Ich würde ja auch gerne Emote machen, aber doch sie laden Dein Charakter sieht echt weird aus Sieht aus wie... Ne, das spreche ich jetzt nicht aus Bin dumm Kopf Ich wurde dafür schon gebannt Nein, ich wurde dafür schon gebannt So Also mega Ich habe irgendwie gar keinen Bock irgendwas zu machen Ich glaube ich lock mich gleich aus, damit jemand anders drankommt Ich geh doch einfach angeln Ah stimmt Ich geh jetzt einfach angeln, du hast recht Keine Ahnung Oh das sind wir da Boah, das ist ganz, ganz, ganz schlimm gerade Warum? Bei mir aber auch ganz schlimm Gefühlt nur noch ein Auge offen Wer hat dich gefragt Boah, du kannst dir ein Tinkerbettchen nehmen, Bruder Der Typ vor mir heißt einfach Glucifer Junge Ich sag das jetzt erst Vargus ist einfach mein Zwilling Wer ist dein Zwilling, du? Vargus Und ich tue Vargus 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 ist ne Gang, Junge Kein Mensch Nein, W-A-G-U-S-S Vargus Vargus Augen wieder mies auf 7 und 3 Uhr, ja, ja Selbe Gesicht, selbe Haare, selbe Bart Vargus ist ne Gang und GTA, Junge zu Du Exegg Was für ne Abstimmung. Cool, cooler special effect. Lichtholz, geschützt, geschützt, alter, geschützt Stellungspunkte wurden abgewehrt. Okay. Von Fatex, Dankeschön für den Primal Seat mit Ahoy. Das geht. Achso, Uni ist immer frech. Hallo Cyborax. Doch Uni, du bist immer frech. Ich werde das fertig sein. Ich werde das fertig sein. Ich werde das mal angeln mit PVP an. Ganz klar. Ich werde das mal angeln. 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 Oh, stimmt, die sind alle aus dem Teamspeak geflogen. Was spielt denn hier Tisch, Dennis? Hi! Ach, du Scheiße, schon wieder alle geflogen. Hm, hm, hm. 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 Ja, alle sind müde. Aber ist nicht schlimm. Hm. Hm, hm, hm. Hm, hm. Hm, hm, hm. 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 Ich hab Host gemacht. Oh mein Gott, alter. Ich hab Host gemacht anstatt Raid. Oh mein Gott. Tschüss, Jed. Bye-bye. Danke, danke und Couscous. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Tschüss. Das geht nicht. Tschüss. Das funktioniert nicht. Hey. Ich kicke hier nix hin, Junge, jetzt. Hör mit dem OBS los. Duplo? Nein, lieb sein. ändert Spiegel ich hab den noch nie gesehen ok bye bye chat kuss, dankeschön tschüss